David? Moin! Was ist Licht? Jetzt essen wir jetzt mal ein bisschen was. Da hat gar nicht viel Essen und dann fahren wir nachher jetzt gleich erstmal schon zu Kürbis. Voll das hart drauf. Ja ich weiß, von wem essen das? Keine Ahnung. Sieht nicht nach Janine aus. Ne, das sieht nach Nappel aus. Ich kann das erklären. Ja. Wir fahren gleich ein Stück Kürbis später noch. Das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt haben wir erstmal vor, gleich. Autos sieht aus wie Sau von der Herfahrt. Hast schon überall. Hast schon überall, das wollen wir noch sauber machen. Ja. Auto erstmal ein bisschen in die Wascheinage und dann aussaugen. Und dann schauen wir mal, ob der Schlachtplan aussieht. Ja. Dann bin ich nachher. Schluss. So, wir wollen zum Kürbis, ne? Jetzt will man einmal in seinem Leben rausgehen, ja? Was im Unternehmen, ja? Und dann regnet das wie sonst was. Aber das ist mir egal. Ich gehe da trotzdem hin, ja? Wenn ich total fiss nass bin. Interessiert mich nicht. Ja Leute. Ich bin der Puller. Du hast immer Fendis Tabletten gesehen? Vorhin weiß. Die sind so weit fertig. Jetzt sind wir fertig. Ich mach jetzt. Und dann fahren wir auf die Kindes. Weitere, Joker und... Äh, Quatsch. Joker kommt gleich. Louie und dann... Louie und dann treten wir auf. Das wird lustig. Wir sehen uns gleich im Auto-Video. Äh, im Auto-Video. Im Auto-Video. Wir sehen uns im Auto-Video. Gut! Ja! Ich hab auch andere einen. Ich hab auch andere einen. Ich hab auch andere einen. Warte, ich guck nochmal. Ich hab auch andere einen. Lass du den gespielt. Berlin, hast du den gespielt? Ja! Komm! Komm! Tschüss! 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 Jetzt geht's los zu Kimmisch. Ja! Wir fahren jetzt los. Und es ist scheiß Wetter. Aber das ist mir egal. Wir gehen auch Zigaretten kaufen. Und weißt du, wo wir Zigaretten kaufen gehen? Genau hier neben. Und da gibt's auch Zigaretten, jo. Bis gleich. I need your love. I need your time. When everything's cold, you make it right. I feel so high. I cover lies. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your time. I need your love, you make it right. I need your love. I need your love. I need your love. I need your feet. Geil. So, wir haben jetzt geparkt. Wir schauen jetzt aus. Und jetzt geht's los zur Kirmes. Mama, jetzt geht's mir zu Kirmes. Entschuldigung. Der nette Mann mit den zwei Zehen hat uns gerade aufgefordert, doch woanders zu parken, weil wir da sonst nicht reinpassen. Vielleicht echt nur zwei Zehen. Wir sind jetzt bei der Kirmes angekommen. Sieht man da hinten. Und jetzt warten wir noch auf Nadeln und Vludi. Und dann geht's da rein. Und da ist so ein Riesenturm. Und der geht so ganz hoch. Und dann gehe ich nachher mit David rein. Er hat nämlich extrem Höhenangst genauso wie ich, aber er hat gesagt, er will sich trauen, da rein zu gehen. Und die Leute gucken uns an, weil wir mit einer Kamera uns filmen. Geil. Richtig gut. Genau. Genau. Wir warten immer noch auf die anderen. Wir sind noch nicht da. Wir warten jetzt bestimmt seit drei, vier Stunden oder so. Was ist da los? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken,eschön. Mal gucken. Mal gucken. họi 2 Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja Leute, David ist jetzt nochmal losgegangen. Aber David kommt gleich wieder und dann gehen wir in die ersten Fahrgeschäfte rein. Wir gucken uns hier schon mal um, ob wir irgendwas finden, wo wir rein wollen und da haben wir schon einige Geschäfte gemutten. Die werden richtig krass und Eider, ich habe da hier so ein Band rumgemacht und so weiter, dann kann ich die Kamera zurücknehmen. Käse! Ja, und dann nehme ich die Kamera mit in die Geschäfte rein und dann wird das richtig gut, liebe Freunde. Bis nachher. Leute, wisst ihr was wir gefunden haben? Grundsätzlich verboten, ich habe vorhin was getrunken. Nein, hast du nicht. Wissen wir was wir gefunden haben und was wir auf jeden Fall machen werden, jetzt nachher gleich. Ja. Ja. Das Ding da. Mit fünf Loopings, eine Achterbahn. Da gehe ich drauf. Da gehe ich drauf, Leute. Ja, ich nicht. Du auch. Ja. Da gehe ich drauf, Leute. Ja. Ich bin einen Himmel. Ja. Die faisait dich los, wenn ihr seid,cja macht immerDu Чтобы Filmmräsita past пал 것은 Jo Leute, wir sind jetzt schon mit zwei Sachen gefahren, also einmal eine Wasserrutsche, dann einmal und zweimal mit der Bluffing Achterbahn und jetzt warten wir noch auf Debit, weil Debit kommt jetzt gleich und jetzt hat es überall angefangen zu regnen. Und dann haben wir jetzt gleich mit diesem Ding, was so hoch und runter geht und so, also quasi so gut wie alles passiert. Bis nachher, jetzt noch grad los. Hey, 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 hey. Seid denn? Seid denn. Ja. 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 I am our machine I'm breaking out I'm tired of this How much more can we take How much more can we take To live our lives In black and white I'm a Hormatite Fighting for the real world I'm a Hormatite Fighting for the real world Ciao liebe Freunde I'm on the back I'm looking pretty I'm out of the way And It was a lot of fun I'm a super star I'm a super star My super star Now we're going to the car We're going to Gelsenkirchen We're going to take the dear Jonny And then we're going to the KFC I'm hungry And you? Gelsenkirchen The real world 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 All around There's no color To be found Work my heart Stole my dream I'm a automachine I'm a automachine Good morning We're going to the KFC We've also had a meal And now We have a Harish Here in the car He's at us today There's no place Half of the car Aren't you sure? Yeah No See you I'm a dog Stop it Don't get that Don't get that Don't get that Now we're going to the house So dear friends We have also put this day on today And I would say To make sure Wir haben coole Sachen erlebt auf jeden Fall heute wieder und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht wann ich das schneiden und hochladen und so. Im nächsten Video, da werden wir ein bisschen unterwegs sein. Aber was wir genau machen, wissen wir noch gar nicht. Mal schauen. Bis denn. Ich werde auch schlafen. Und wir sind dann schon auf den Beinen und fahren durch die Gegend. Bis denn. Tschüss.